jetzt ist es wieder kein problem, aber nachher, wenn ich dann doch wieder alle auf einmal ziehe, ist dann doch wieder heftig. Also ich kann mal gucken, wenn ich irgendwann mal auf, das ist natürlich auch nice, wenn ich irgendwo einen Regenstein troppen oder kaufen könnte für, keine Ahnung, 700 Millionen oder so. Gibt es ja welche im Shop, aber es wurde im Sieg auch an die 700 Millionen ran. Und normalerweise sage ich immer erst, erst Skills und dann Equip, weil man levelt meistens noch ein wenig. Jetzt mache ich hier noch 77, oh, mache ich gut, mache ich noch 78. Ach ja, das, checke ich das nochmal mit den, mit den, ähm, wer heißt, ähm, mit der O-Aktien, genau. Ob ich da nochmal drüber, wie das aussieht. Ich habe halt auch relativ viel Leben, muss man einfach mal erkennen, dass ich hier einfach... Nein, jetzt ist da ein Spast. Ist hier ein Spast. Was war da? Ich war da. Sieht, seht ihr mal, wie wenig dem, wie ich nochmal machen würde. Ich habe eben irgendwie... Das brauche ich nicht. Das Geld ist nice, das nehme ich. Ich habe immer noch eine Frage, wenn das mir irgendwer... Himmels on. 2, 4, 5... 2, 4, 5... 2, 4, 5... Wie kann man... Wie kann man... Ratzischen gut und schlecht unterteilen, frage ich mich gerade, also... Einmal dreicht es. Boah, das wird wieder knapp. Ich wollte mich verziehen und ich habe es nicht geschafft. Shit. Wie kann die Plus Null? War noch Plus Null, oder? Was sind die hier? Entschuldigung. Hm, hm, hm. Hm. Was war das jetzt? Die gibt es doch nur im Item Shop. Also, ich habe keinen Bock für so ein Spiel, das ich mal anspiele. Achso, voten. So, ich habe eben mal geguckt. Also, da war ich teilweise falsch informiert. Beziehungsweise, ich habe mir eigentlich einfach nicht gründlich genug umgeguckt. Wenn du da votest, wenn man da... Da kann man voten. Und... Da kriegst du jeden Tag 500 Coins. Und von diesen Coins kannst du dir einfach gute Equip kaufen. Verhol ich mir noch morgen P-Skills. Und ich nehme alles zurück, was ich über Guides-Helse und alles wirklich gesagt habe. Das ist nämlich nicht wahr. Und man kommt so ganz gut an, da ist der Equip und ich werde sicherlich noch einige Zeit auf diesem selber spielen. Nur, nur als Tipp. Das Voten wird fast, kann man fast nicht erkennen. Und... Also, ich habe lange gesucht, sag mal, um es zu erkennen. Um es zu finden. Und es sollte einfach nicht sein. Na klar wird man... Weil da entsteht einerseits das Gefühl, dass man nur durch Itemshop das machen kann, was ich nämlich stark annehme, dass das beabsichtigt ist. Und ja. Das ist eigentlich schon pro Kanten. So, jetzt mache ich noch die 78 voll. Hier im SD2. Dann vote ich morgen nochmal. Hol mir P-Skills. Oder eine Rosé. Das ist natürlich die Frage, ne. Ne, ich hätte eine bessere. Ich mache jetzt noch zwei, drei... ...andere Accounts. Und damit vote ich jeden Tag. Und hole mir dann fettes Equip. Und jo, so mache ich das jetzt. Wenn ich jetzt 78 bin. Weil das ist doch mal ein ganz nices Level hier. Für so ein... ...just for fun Spieler wie mich. Das ist schon sehr zufrieden schnell. Wie viel Angriffsspeed hat der eigentlich? 15, okay. Der kommt immer ein bisschen schneller vor, der schlägt. Ah, ich habe ja noch einen Speedput, genau. So, die kann man sich jetzt noch leer. So, und dann sage ich an der Stelle, tschüss, bis zum nächsten Mal. Und jo, haut rein, ne. So, und jetzt sind wir da. Ich habe was Nices erstanden. Dieses hier. Noch plus null. Wird sich jetzt ändern. Und ihr seid dabei, ne. Itemshop. Eins, zwei, zwei, drei, vier, fünf, sechs Stück. Und dann wird es gleich mal geuppt. Was abbräuch ich jetzt? Ah. Wunderbar. Zwei Mal Schlangenschutz plus. Ah. So. Da-dum. Erfolgreich. Ja, geht. Schlecht steht darüber. Wir sollen sich nicht so mit ihrem Itemshop pushen, finde ich mal wieder. Mit dem sollte ich auch mal leveln, ne. Ähm. Genau. Was brauche ich jetzt? Unbekannte Talisman plus. Oh, und dass sie hier ist? Ja. Jetzt alle pluser Sachen. Supi. Eine verfickte weiße Perle. Genau. Aber, überlegt. Dann könnt ihr mal was ausprobieren. Nein, ich gehe jetzt auf die Handelsmap. Und dort, wenn's... Schau ich mal nach einer weißen Perle, ne. Ich gehe jetzt da. Nein, ich gehe jetzt. Und dann. Ich gehe jetzt mal. Ich gehe jetzt mal.